950 Aussteller und 36.000 Fachbesucher aus aller Welt auf der Security Essen 2018. Hier wurden die Neuheiten aus dem Bereich Sicherheit präsentiert. Von Cybersecurity über Gebäudesicherungen, Zutrittslösungen bis hin zum Paperless Airport. Der Trend zeigt klar die smarten Lösungen auf, wie auch die einfachen und sicheren Eintrittslösungen, die mittlerweile sogar mittels Biometrie möglich sind. So auch das Fazit führender Aussteller aus diesem Segment. Das Fazit der Security 2018 hier in Essen ist ganz klar, die Security ist reif geworden für die Biometrie, ist reif geworden wirklich Menschen ohne Papier mithilfe Gesichtserkennung zu identifizieren. Mit Sicherheit eine erfolgreiche Messe und Türöffner für zahlreiche neue Technologien auf dem europäischen Markt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.cdcb.com www.cdcb.com